Ja, Chicken, du hast dich drauf vorbereitet, wo du hin musst, aber du weißt nicht, wie es funktioniert. Super. Funken? Was muss ich eigentlich machen? Wahnsinn ist Frohsinn und Frohsinn ist Mach! Cicero-Treffen! Was ist? Die Virensockel. Ja, dann nehme ich das Buch eigentlich nur wieder an mich. Oh, dass ich mir nicht einfach sagen kann, was ich tun muss! Nee, ich finde es selber heraus. Hier hast du ein Buch und mach das, was du... Das hat eine fette Explosion gegeben. Also Feuer, oder? Ja, Feuer war... Okay. Mit Feuer bringt man also das Meer in Wallung. Wenn du meinst. Unter der Graubärte Morgenschatten, an der nördlichen Wacht schon lange verloren, ragt Nirns frostiger Hals in den Himmel. Klirrender Schrei überzieht alles mit Reif. Ja, schreien möchte ich auch! Schreien möchte ich auch, wenn ich an diesen Ort denke, wo du mich hinschickst. Schreien, schreien, schreien. Äh... Hier. Glaube ich. Auf jeden Fall, ne, der Graubbärte, ne? Oder wegen... Mister, ich bringe dein Spiel zum Absturz. Sogar in... in die richtige Richtung. Glaube ich, weiß ich nicht. Vielleicht. Kann sein. Wie auch immer. Nördliche Himmelswacht entdeckt. Ist das aber eine Überraschung? Jaaaa! Nitterisch! Runditen. Ja! Jaaaa! 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 Wuuuuh! Ähm, doch kann ich. Jaaa! Wisst ihr was? Oh, hab ich deine Brotte zerstört! Schattenmähne! Töten wir jemanden! Wir haben gerade jemanden getötet, Cicero! Hast du das nicht mitbekommen? Nein, hat der nicht. Das gelbe Buch der Rätsel. Och nö. Rätselraten. Die Frage ist, wo? Wo ist es? Das Podest. Ist das schon? Ich muss sogar gar nicht in den Dungeon rein. Okay. Wenn ihr meint. Nein, dann Eis. Eis. Eis, Eis. Eis, Eis. Eis. Eis, Eis. Eis. Wolltest du mich runterschieben? Ja, checken wollte er. Über den Läufer von Flüssen im Westen, begrenzt durch den Kart in Norden und Süden, trägt an Berg eine bescheidene Krone. Den Zorn aller Himmel ruft hier herab und schüttet die frostigen Kappe ab. Ah, Kart war's. Ah, Kart war's. Ah, Kart war's. Ah, Kart war's. Äh, da war's. Äh, das war's. Ja, nette Überraschung von Schicken. Okay, dann wird's doch kürzer als gedacht. Ich dachte, ich müsste beim zweiten in den Dungeon rein, aber nein! Gleich auch dann... Wow! 2 Session anstatt... 3? Egal, sehen wir dann. Sehen wir dann, wann das LTV endet. Tengemos. Mit Tengemos endet es. Ja, Cicero. Und fehlen hier eigentlich nur noch die Blitze? Blitzi, Blitz, Blitz. Die Macht der Elemente! Abgeschlossen! Feuersturm! 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 Eine auf den zaubernden, zentrierten Feuerexplosion, die 150 Schadenspunkte verursacht. Nähere Ziele leiden einen höheren Schaden. Ja, hab aber erstmal 635 Magiker. Ach du Scheiße! Kannst du aufhören, mich durch die Gegend zu schieben? Weißt du nicht, was in der heutigen Session passieren wird? Ich möchte nicht von dir durch die Gegend geschoben werden. Nein, das will ich nicht. Krieg ich Angstzustände. Naja, bringen wir ja kein Selmus, nur eine verkackte Rüstung. Das ging schneller als erwartet. Haben die Hunde eigentlich mittlerweile den Koch aufgegessen, jetzt wo wir gerade wieder hier sind? Die Leiche, so wie ihn verweckt, die haben ihn zerfleischt! Ich habe einen Zwerg gesehen! Ich habe einen Zwerg gesehen! Sie hat einen Zwerg gesehen! Das versuche ich euch zu sagen! Bin ich eigentlich hier immer noch Tane? Es hat sich herausgestellt, dass Mardernach der wahre Mörder von Markhard war. Im Namen der Stadt entschuldige ich mich hiermit für eure ungerechtfertigte Festnahme. So nach. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr Vertrauen... 300 Folgen? Keine Ahnung, wann war ich das erst mal in Markhard? Besser später als nie, ne? Ihr habt Himmelsrand von einer großen Bedrohung befreit. Oh nee! Die Timer sind wieder da! Oh nee! Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Nein! Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Erzähl, Mo! Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt! Ich habe eine verkackte Zwergenrüstung! Wirklich? Sehr gut! Darf ich mal sehen? Abgeschworene! Abgeschworene! Ja, hier! Hervorragend! Sehr gut! Damit kann ich eine Reihe von Studien zur Handwerkskunst und magischen Resonanz der DREMA abschließen! Das muss ich einfach haben! Ich zahle euch das Doppelte von dem, was es wert ist! Ach, das geht eigentlich noch besser! Nun, ich nehme an, wichtige Forschungen sind jede Münze wert! Also gut! Abgemacht! Wie wäre es mit dem Zweieinhalbfachen des Wertes? Tausend! Da bin ich aber froh, dass wir uns doch noch einigen konnten! Tausend dafür, dass ich jetzt meinen psychischen Zustand verliere! Was? Oh! Ersehen! Ich will das nicht machen! Wieso tue ich mir das? Wieso tue ich mir das? Wieso tue ich das? Bin ich lebensmüde? Ja, bist du Chicken! Bist du! Wird sie mir wenigstens auf der Karte angezeigt, wo sie dann wäre? Ja, wird so! Was? Ah, jetzt sind schon die ersten! Da ist sie! Da ist sie! Ganz ehrlich, ich will das nicht machen! Deswegen gehst du auch hier rein! Weil der Wahnsinn ist Frohsinn und Frohsinn ist Macht! Wenn der Na... Because of Wahnsinn! Alter, 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 alter! Komm Chicken, du hast schon Schlimmeres geschafft! Und verirrt sich eine Maus, wird sie für meine Katze ein Schmaus! Für deine Katze! Ja! Deine Katze! Deine Katze! Was? Gibt es hier nur Spiders? Es wird gleich lustig, nicht mehr zu trägern! Was? Mutter? Ist das eure Stimme, die ich vernehme? Nein, nimmer! Nein! Mein Kopf ist nur ein Streich! Mein Kopf ist nur ein Streich! Dummer Cicero! Dummer Cicero! Dummer Cicero! Ist ja echt nichts! Waffenschmied! Und ich sagte zum Bäcker, ihr seid nicht tot! Ihr seid ein ganz Kecker! Was? Aber wenn das euer Wunsch ist, werde ich beugen! Also nimm, bis die Anziele dann von der Decke regnet, wenn ich das richtig sehe! Ach, das wird lustig, Leute! Das wird lustig! Was war das? Das war der Vorbote meines schlimmsten Albtraumes! Ja! Cicero hat Hunger auf einen Süßkuchen! Schön für Cicero! Töten? Ja, Zuhörer! Ich bleibe genau hier, bis ihr etwas anderes befehlt! Selbst wenn Spinnen an meinem Gesicht nagen, rückt Cicero keinen Zentimeter von der Stelle! Will ich auch hoffen! Ich will nicht von dir in den Raum da hineingeschoben werden! Töten wir jemanden! Die Frage ist, bleibt der jetzt da wirklich stehen? Bleibt er stehen! Bleibt er stehen! Gut, der bleibt stehen! Okay, Chicken! Wie triggerst du jetzt nimmer? Was? Ich muss da reingehen, ne? Das ist eine gute Frage. Wieso ist das? Ich muss da reingehen, ne? Könntest du rückwärts reingehen schicken? Da musst du mir jetzt nicht angucken, wie dieses riesige Ding vom Himmel fällt! Ja, das ist immer das Schlimme! Ich geh da jetzt rückwärts rein! Die Frage... Okay, sie ist getriggert! Wer ist da? Das ist Nimmer! Das ist Nimmer! Nimmer ist getriggert! Nimmer ist getriggert! Lucien, lass schon! Elf mit! Ich werde nicht in den Raum reingehen! Nee, nee! Nicht bevor sie tot ist! Ich bin in der Raum reingehen!